Aber die lädt halt auf, ne? Also du hast halt nur einen, du hast halt nur einen Schuss. Gut, dann sparen wir bis zum Raketen. So, so jetzt muss man wieder auf Rebellen schießen, ne? Das müssen wir jetzt gleich wieder. Hier schneit's. Es ist kalt. Ich mag das nicht. Oh, da vorne liegt ein Power ab. Ich brauche einen Helden ab. Möchte Boba Fett sein, wieder. Wo sind die denn? Komm hier. Ich häng... Die Karte greift mich an. Das sieht aber schon geil aus hier, die Höhlen, muss ich sagen, ne? Ja, ist... Oh! Oh, Granate! Scheiße. Oh nein, die liegt scheiße. Aber es ist schön umgesetzt hier. Grafische Details, Sound... Ach, daneben geworfen, ich dummer Hund. Ach, ich geh rechts rum. Annäherungspombe! Gib mal her! Ja, die ist gut. Hab ich zwar nicht drin, aber... Ey, die Höhle sieht echt mega geil aus hier, muss ich sagen, ne? Ich hab sie gerade aus. Wow! Wenn du weiter hoch gehst, kommst du in so eine mega blaue Höhle. Die sieht echt geil aus. So eine Eishöhle, ne? Mega gut. Wirf doch mal Granaten auf, Junge! Oh nein! So, geht jetzt da einer vor? Ja, ich war schon oben, aber... Wieder Granatenflumpf! Wo kommen denn die ganzen Typen her? Ist ja irgendwo Rebellenzuchtanlage. Mal, wie sollen wir denn da rauskommen, ey? Ja, eben. So, okay. Oder... Geht mal außen rum. Boah. Alter, da schäme ich jetzt richtig. Ah, die stehen draußen vorm Eingang. Gibt ja noch... Gibt ja mehr als einen Eingang. Ach, jetzt kommt von rechts an noch einer. Schon wieder dieser Victor. Oh, ich bin draußen gespawnt. Irgendwo draußen. Jetzt mal ganz links. Ah, ich bin hinter dir. Ah, Infanteriegeschütz. Okay, abgestellt. Davon ist Feind. Laufen wir doch nicht mal quer durch die Dings durch. Ihre Rebellen brechen ein. Wie erwartet. Schön mit dem Mg reingehämmert, ja, boi. Pass auf, nicht, dass sich hier links einer umgeht, ne? Ja, so wie der hinter mir. Oh! Mei, bin ich doof. Der kommt doch von vorne ran und ich reagiere nicht, ey. Wart auf mich, ich komm. So. Granate! Unten drin ist wieder einer. Ach. Ja, Feind! Wo denn? Drei, vier! Wo, wo, wo? Bei der Höhle, die wir unter Beschuss genommen haben. Ich hab eine Granate reingehämmert. Oh, jetzt kommen sie von der anderen Seite. Oh, damn it, damn it, damn it. Ach, Mann. Immer dieser Victor. Wow. Jetzt bin ich in einer mega coolen Höhle. Ja, ja, ja. Annäherungsbombe. Die leuchtet blau. Okay, das sieht richtig geil aus. Oh, jetzt bin ich in der Höhle, die du gesagt hast. Geil. Was schießt denn da? Sieht das mal cool aus, oder was? Das sieht richtig geil aus, ey. Ich bin hinter dir. Ah, der sitzt da draußen. Wow. Andere Seite, andere Seite. Wow, Granate. Erledigt. Rechts. Ja, 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 ja. Also, die Höhlen sehen... Alter, was hat denn der an? Die Höhlen sehen richtig geil aus, muss ich sagen. Die gefallen mir richtig gut. Los, schieß. Schieß. Alter, Vater, Junge, was ist denn hier? Ach, meiner. Wir sind hier nicht allein. Granate. Ah, von hinten. Naja, hat mich gerade einer von hinten angeschossen. Das sieht geil aus. Wenn du jetzt geradeaus weitergehst, die leuchtet richtig. Ja, ich war gerade drin. Hoi. Links. Ja, ja, komm, wir umgehen, wir umgehen. Kann man hier umgehen? Ja, hierhin geht's weiter. Geil. Oh, da steht einer vor der Tür. Oh, Mist, schnell weg. Granate. Nicht eine Entführung. Ja, unser Denk abgeprallt. Man sieht halt auch nichts, wenn man rausguckt, ne? Ja, das nennt man... Na, halt doch, du, Dei. Du, Neid. Oh, jetzt hab ich wieder daneben geschossen. Verdammte Hecke. Fällt auch nicht um. Ha, den hab ich. Boah, ey. Fickzäck, du. Oh, die kommt gut. Oh, die war Puck, genau. Oh, guck mal, guck mal. Boah, ein richtig geiler Wurf. Hat sogar mit eingerechnet, dass ich weggelaufen bin. Ganz schön ruhig da oben. Ja, doch nicht. Muss gucken, dass wir uns jetzt hier nicht von hinten auf... 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 Ich geh mal hier ins Eck. Boah, da schebert's. Geh doch drauf, Mann. Ah, Rebelle! Ehehe, da hab ich noch einen mitgerissen. Ah, ich komm nicht mehr raus, weil die überall irgendwelche... Typen sind. Oh, in meiner Nähe ist einer. Papi. So ganz knapp ein Püro. Jetzt haben die Rebellen die Oberen. Oh, heute liegt die Power-Up. Ich will das haben. Da bist du schon schneeblinkt, wenn du aus der Höhle rauskommst hier. Oh, Mann. Alter, die Höhle sieht so mega geil aus. Oh yeah, Power-Up. Oh, 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 oh. Annäherungs-Bump. Das ist echt auf mir quatsch. Das ist auch schon. Scheiß, Annäherungs-Bump, die kannst du da... Braucht kein Mensch. So, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich gerade? Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Ich verstehe das und warum... Warum alle anderen irgendwie... Mir kommt es immer so voll, als wenn die anderen Waffen alle stärker werden als meine. Ja. Na? Kann ich den Mullen auch empfinden. Irgendwie... Komisch. Beischritt ins Sonnenlicht und dann kriegst du eine verbraten. Die Zeit ist um. Mit einem Punkt Vorsprung haben wir gewonnen. Das war gut.